Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute geht es um die Frage, dürfen Schüler den Schulhof verlassen? Und die Antwort ist ganz eindeutig, jein. Das ist nämlich so, Schüler der Klassen 1 bis 10, also sprich Grundschule und Sekundarbereich 1, die dürfen das ganz einfach nicht. Wenn du aber in der 11. Klasse oder höher und über 18 Jahre alt bist, dann darfst du den Schulhof verlassen. So einfach ist das. Okay? Das war's. So, zum Schluss noch drei Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrern-schmidt.de. Okay? Das war's.